Berechne das folgende Integral von x mal, nee, durch x² plus 2x minus 8 dx. Das ist Aufgabe 15 hier der Reihe schwierige Integrale und hier kann ich dir verraten, wird es wirklich schwierig, denn wir wenden eine sehr anspruchsvolle Integrationstechnik an. Welche zeige ich dir gleich? Du kannst das Video einmal pausieren, selber eine Runde rechnen und dann startet gleich die Rakete. Jo, bist du ready? Ich hoffe, denn jetzt geht's los. Wir wenden eine Regel an, die ich oder die Mann in der Mathematik Partialbruchzerlegung nennt. Wir wenden eine Partialbruchzerlegung an und das so kompliziert, dass ich das hier in verschiedene Steps unterteile. Normalerweise sind ja Integrationstechniken auch einfach Tools. Partielle Integration ist ein Tool, logarithmische Integration ist ein Tool, Substitution ist ein Tool. Bei der Partialbruchzerlegung würde ich fast von einem Rezept sprechen, weil wir so viele Dinge verwenden müssen, dass das schon ganz schön schwierig wird, da den Überblick zu behalten. Aber wir gehen hier Step by Step vor. Ich zeige dir das mal. Zunächst einmal berechnen wir die Nullstellen der Nennerfunktionen. Also wir haben hier eine gebrochen rationale Funktion mit Nennerfunktionen und davon berechnen wir die Nullstellen. Wir lösen also hier diese quadratische Gleichung. x² plus 2x minus 8. Wie du das machst, ist dir überlassen. Die Q-Formel, Mitternachtsformel, da gibt's verschiedene Varianten. Wenn du in diesem Video gelandet bist, geh mal davon aus, dass du eine dieser Varianten beherrschst. Denn das ist hier, das brauchen wir wirklich, das ist jetzt hier wichtig, da würde ich jetzt nicht nochmal drauf eingehen. x1 ist 2 und x2 ist minus 4, das sind die beiden Nullstellen. Wenn wir das haben, tippitoppi. Erstmal Haken an Step 1. Bis dahin alle klar. Step 2. Notiere den Ansatz für die Partialbruchzerlegung. Das sieht so aus. x geteilt durch x² plus 2x minus 8 ist x durch x minus 2 mal, oder in Klammern x minus 2 mal in Klammern x plus 4. Das ist jetzt also einfach hier die, das ist der faktorisierte Ausdruck, mit den beiden Nullstellen hier gearbeitet. Dann ist das das gleiche wie Groß a durch x minus 2 plus Groß b durch x plus 4. Und das ist hier eben diese Darstellung, die wir gleich brauchen, weil die können wir ziemlich einfach gleich integrieren. Jetzt multiplizieren wir diese Darstellung hier in Zeile 7, die hier, mit der Nennerfunktion. Also mit x minus 2 in Klammern mal x plus 4 in Klammern, das ist ja die Nennerfunktion, dann bloß ein bisschen anders hier geschrieben. Und dann, naja, kürze ich das hier weg, x minus 2 und x plus 4 übrig bleibt auf der linken Seite x. Wir multiplizieren diesen Ausdruck hier mit dem Nenner, dann bleibt der Zähler übrig. Kürzen, dann haben wir Groß a mal x minus 2 mal x plus 4 durch x minus 2, x minus 2 kürzt sich auch wieder weg. Übrig bleibt mal in Klammern x plus 4. Und bei b, ne, same. b mal in Klammern x minus 2 mal in Klammern x plus 4 durch x plus 4 kürzt sich weg. Übrig bleibt b mal in Klammern x minus 2. Ist das klar? Wenn nicht, nochmal pausieren oder zurückspulen oder eine Frage stellen. Das muss klar sein, hier von Zeile 9 auf Zeile 10 wird quasi hier kürzt. Wir multiplizieren auf beiden Seiten mit der Nennerfunktion. Jetzt wird hier ein bisschen umgeformt oder ausmultipliziert. Na, a mal x, ax, a mal 4, 4a, b mal x, bx, b mal minus 2 minus 2b. Jetzt fasse ich noch ax und bx zusammen. Ist a plus b in Klammern mal x. Und dann habe ich noch 4a minus 2b. Und das alles ist x. So sieht hier Step 3 aus. Ich möchte diese Darstellung bekommen. Okay. Step 4. Wir führen einen sogenannten Koeffizientenvergleich durch. Koeffizientenvergleich. Denn ich habe ja hier x. Also 1 mal x plus 0, wenn man so möchte. Und ich habe in Klammern a plus b mal x plus 4a minus 2b. Ich habe hier also alle Anteile, die mit x zu tun haben. Und hier alle Anteile, die absolut sind. Also nichts mit x zu tun haben. Das heißt, dass dieser Anteil hier, a plus b, der muss 1 sein. a plus b muss 1 sein. Denn das ist der Anteil, der vor dem x steht. Und dann haben wir noch 4a minus 2b. Und das muss 0 sein. Denn das ist der Anteil, der absolut steht. Und das nennt man dann eben Koeffizientenvergleich. Deswegen habe ich das auch so aufgeschrieben und habe nicht x stehen gelassen. Und jetzt können wir ein Gleichungssystem aufstellen. Dann haben wir 1 ist gleich a plus b. Und 0 ist gleich 4a minus 2b. Das ist hier das Gleichungssystem. Das können wir jetzt in Step 5 lösen. Das ist hier ziemlich einfach. Warum? Na ja, wir haben hier b und minus 2b. Das heißt, wir multiplizieren hier in Zeile 18 mit 2. Dann haben wir hier 2 ist gleich 2a plus 2b. Und 0 ist gleich 4a minus 2b. Bleibt so stehen. Wir addieren die beiden Gleichungen. Und jetzt fliegt 2b und minus 2b eben raus. Deswegen haben wir das gemacht. Wir haben gesagt, ich möchte entgegengesetzte Vorzeichen hier erzeugen. damit wir eben, wenn wir das Ganze addieren, damit sich das aufhebt. 2 plus 0 ist 2. 2a plus 4a ist 6a. Gut. Kann man jetzt dividieren. 2 durch 6 ist 2. 6a ist also ein Drittel. Und wenn ich jetzt hier oben nochmal hinschaue. Wo sind wir? Hier, ne? 1 ist gleich... Wo sind wir? Hier, ne? 1 ist gleich a plus b. Das heißt, wenn hier a ein Drittel ist, muss b eben 2 Drittel sein. Ja? a ist ein Drittel. b ist zwei Drittel. So. Und jetzt, wo wir a und b haben. Jetzt, wo wir eben diese, naja, Werte bestimmt haben. Jetzt können wir das Integral umformulieren. Step 6. Formuliere das Integral um. x durch x² plus 2x minus 8 ist erstmal x durch in Klammern x minus 2 mal in Klammern x plus 4. Und das ist das gleiche wie Groß a geteilt durch x minus 2 plus Groß b geteilt durch x plus 4. Und jetzt setzen wir eben hier a hier und b hier ein. a ist ein Drittel, taucht hier auf. b ist zwei Drittel, taucht hier auf. a hier einsetzen, b hier einsetzen. Und an der Stelle, jetzt in Zeile 29, jetzt können wir das Integral knacken. Jetzt wenden wir elementare Integrationsregeln an. Hier einfach mit dem Logarithmus arbeiten. Und dann haben wir ein Drittel bleibt stehen mal, naja, 1 durch x minus 2 ist ln vom Betrag von x minus 2 plus zwei Drittel, wieder konstanter Faktor, bleibt stehen, mal ln vom Betrag von x plus 4. plus c. Und c ist eine reelle Zahl, das wäre hier Zeile 32. Joa. So sieht's aus. Koffeic habe keinen Fehler gemacht. Sieht aber gut aus. Das unbestimmte Integral ist die Menge aller Stammfunktionen. Also, ich gehe nochmal von oben nach unten durch. Wie sind wir hier vorgegangen? Partialbruchzerlegung heißt das Ding. Step 1, berechne die Nullstellen der Nennerfunktionen. 2 und minus 4. Easy. Step 2. Notiere den Ansatz für die Partialbruchzerlegung. Der hier, immer der gleiche Ansatz. Ja, nicht immer, also hier in dem Fall so, ne? a durch x minus 2 plus b durch x plus 4. Dann multiplizieren wir mit der Nennerfunktion. Es entsteht am Ende dieser Ausdruck hier. Aus diesem Ausdruck machen wir mit Hilfe eines Koeffizientenvergleiches, den wir hier in Step 4 durchführen, ein Gleichungssystem. Das Gleichungssystem lösen wir. Ich bringe hier diese beiden Werte für Groß A und Groß B. Dann wird das umformuliert und dann werden wir elementar integrieren für diese schöne Lösung hier. Ja? So läuft die Partialbruchzerlegung ab. Ich bin wahnsinnig gespannt auf deine Fragen. Stell sie ruhig, ne? Schreib mir gerne in die Kommentare, bei welchem Step eine Schwierigkeit aufgetreten ist. Du kannst immer ruhig sagen, ne? Welche Zeile, welcher Step. Ich kann dann genau sehen, wo du eine Schwierigkeit hast und kann nochmal explizit auf die Frage eingenutzt an den Boot gerne. Juti. Uh, das war anstrengend. Aber hat auch ein bisschen Spaß gemacht. Und wenn du diese Regel beherrschst, also wenn du Partialbruchzerlegung kannst, dann ist das schon sehr, sehr wertvoll. Ihr habt das damals in der Schule gelernt. Aber ich glaube, es geht vielleicht ein Ticken über das Schulniveau hinaus. Kommt ein bisschen darauf an, ob du im Grundkurs, Leistungskurs, welches Bundesland und so weiter gerade abhängst. Aber wenn du kannst, dann bist du richtig, richtig krass am Performen, wenn es um Integrieren geht. Also schau dir die Sache ruhig nochmal an und schau mal, ob du das vielleicht erlernen kannst, diese Technik. Ich würde mal sagen, es lohnt sich. Nice. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen, ob es um Integralrechnung geht oder irgendwas anderes. Mir völlig egal. Hauptsache wir zwei, du und ich, werden besser in Mathe. Wir sehen uns wieder. Bis bald. Dein Rick.